Tutu, tu haben wir seinen Zug. Der war geil, oder? Ja, voll geil! Nehmen wir jetzt schon alle auf? Also sind schon alle dabei? Ne, Curry ist noch gar nicht dabei. Curry? Ja. Ah, Curry ist auch dabei. Alles klar. Okay. Wer war gleich? Hä? Wann ist das hier mit dem Zug? Das ist immer voll nice hier, ne? Curry, du bist da jetzt, ne? Wie geil ist das, aber wie schwierig. Jetzt bin ich da, aber ich muss zugucken. Ne, muss man denn hier jemanden anschauen? Ne, muss man, ne, muss man. Alles gut. Geil Curry, ey. Bist du auch am Start da, was? Hammergeil, Alter. Curry, bist du das? Curry! Ja, ich bin Trader. Bleiby. Curry, Curry bitte nicht, bitte nicht machen. Ich hab die erschossen, Mann! Ich hab die erschossen, nein! Warum hat der Zug bitte normale Türen, wie so eine Wohnungstür? Die geht doch zur Seite auf. Ja, ja. Ja, aber das sieht aus wie so eine Wohnungstür. Hä? Was ist auf dem Schiff groß geworden? Hast du in deiner Wohnungstür ein Fenster drin, oder was? Was? Alter, Curry! Kannst du mich mal bitte durch, Curry, durch? Ja, ich bin... Hallo, hallo, hallo! Hey, Fahrgarten bitte. Fahrgarten bitte. Haben Sie auch einen gündigen Ausweis? Das wird lustig. Hallo, lass... Ich möchte nicht im Sandwich sein. Ich lass mich raus. Sandwich, Sand... Sandwich! Ich schwöre, ich hab den Zug genommen. Lass mich durch! Ich pass dir nicht durch! Ich will aber in die andere Richtung. Ja, aber ich will... Also ich bin jetzt ganz am Ende vom Zug. Sag mal, wieso folgst du mich jetzt? Bitte, bitte geh weg. Nein, ich lauf doch nur in die andere Richtung. Curry, Curry läuft hinter mir her. Ach, hier ist die Wohnungstür. Verstehe. Wir müssen hier los. Meine... Spiehler! 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 Hi, nein. Curry, bitte nicht zielen. Hier wohne ich. Bitte, bitte nicht auf mich zielen, das ist mein Haus. Ja, und bitte nicht so unhöflich sein. Wo fahren wir denn hin? Weiß da schon jemand? Curry? Habt ihr auch alle eure Bahncard dabei? Ja klar. Die Bahncard... Die Bahncard 2. Oh... Die hab ich zuhause vergessen. Ich hab die sonst eigentlich immer bei. Bahne Straiter! Äh... Entschuldigung, warum? Ich zeig die nach. Weil sie ihre Bahncard nicht dabei hat. Okay, kann sie nicht ausweisen. Reicht nämlich schon. Hä? Nein! Was denn? Was denn? Ich wär fast vom Zug gefallen gerade. Ich muss doch sagen, wenn etwas passiert Tobi, wir müssen noch Beweise haben. Aber nicht wenn ich mich verselbsttöte, das ist peinlich Curry. Ja, aber wir müssen noch Beweise haben dann. Gibt's eigentlich auch Beschwarze? Weil Beweise find ich ein bisschen rassistisch. Hm? Das ist ja gut. Kann ich den Zug hier stoppen? Aua! Jemand schießt auf mich. Hä? Hat da grad jemand geflucht? Das ist der Zug, ja? Was? Nein! Nein! Tobi! Oh Tobi, ernsthaft? Hast du Ritter gefallen? Tobi, ernsthaft? Ich hab mir anscheinend als Leiter gefallen, also. Ich glaub, Bahn ist Traitor. Ja? Weil die vorne am Futterhäuschen hängt und macht komische Geräusche. Hä? Was für Geräusche denn? Huuu duuut! Fodor! Der kann doch nicht einfach da runterfallen, Mann! Ich hab recht, ne Pan? Ja! Du bist Traitor, ne? Ja! Scheiße, bin ich jetzt tot? Aua! Wo bist denn du? Curry, Vorsicht! Oh mein Gott! Vorsicht Curry, Vorsicht! Was, warum? Warum soll ich dir jetzt eigentlich glauben? Ey, die hat's doch grad zugegeben, Mann! Hä, was, was? Achso. Kann man sich da weg... Ne, warte mal... Hä, aber ja, als ob das jetzt ernst gemeint war mit dem Ja. Hä, warum schießt du? Äh, Leute? Was soll das? Was, sie sagt, du bist Traitor! Ich bin nicht Traitor! Ja, als ob sie jetzt sagen, sie ist Traitor! Hä, du hast grad gesagt Ja! Ja, ich sag immer Ja, wenn mich jemand fahrt, bist du Traitor! Okay. Frank, geh weg! Ja, ich, ich bewege mich grad von alleine, Curry! Okay, ich bin weg, ciao! Ich bewege mich von alleine! Tobi ist tot, ne? Der ist nicht Traitor! Muss mal was ausprobieren, Pan! Komm, wir machen ein Wettrennen! Warte, warte, warte! Auf, auf drei lassen wir beide los! Warte! Komm, komm, komm! Hier! Komm! Was? Wie, wie, wie auf drei lassen wir beide los? Ja! Dann bleib mal stehen, bleib stehen! Bleib stehen, bleib stehen! Warte! Ja, aber was? Hä? So, jetzt muss das denn! Guck mal! Du bist alles von alleine nach vorne! Ja, geil! Cool! Hörst du mal bitte auf, mich zu schlagen? Dankeschön! Hä, ich schlag dich doch gar nicht! Was, Kat? Hä? Hä? So, kannst du mal bitte hier als Traitor da vorne den Zug stoppen? Okay, warte, mach ich! Komm, in GTA haben wir schon nicht geschafft! Wo geht das? Wo hast du grad gehuppt, Pan? Ich hab... Das war keine Hupen, oder? Hier, das hier hab ich! Ich hab versucht das hier zu bewegen, aber das ging nicht! Hä? Oh! Du hast doch grad gehuppt! Nein, das war ich nicht! Oder warte, da oben! Hier! Hä, was? Hier, oh! Über dir! Geil! Hup, hup! Da kannst du hupen! Hup, hup! 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 Pan? Oh, bitte! Oh, bitte! Curry! Die Nummer kenn ich schon! Pan? Machst du das etwa? Wie soll ich denn jetzt überhaupt jemandem von euch trauen? Halt doch auf deiner Scheiße! Kann, kann der Traitor sich nicht mal melden wenigstens? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das so doof? Was ist das so doof? Was ist das so doof? Hup, hup! Hup, hup! Hup! Aua! Yeah! Curry! Hup, 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 hup! Wie dir die Tür auf geht und ich guck so nach oben und plötzlich kommt unten so ein kleiner ein bisschen rum in En Terror. Vor allem mit dem Error. Mit dem, das ist ein riesen Error! Já, ja. Boah echt, Curry! Super unauffällig gerade. irgend標 victor,警察 sein Error ist. Dein Schauspiel sucht seinesgleichen, weißt du? So, kchh .. Oh, Pan! Ja auch. Nein, eigentlich war das gar nicht. Kann man schon ein bisschen schlecht. Da wird überhaupt nichts am Kaufıp, Mann. Ich fand auch die Pan geils, mit der Kiste und dann würde entfallen. So einfach überall. Ja, wow. Curry, komm mal her. Curry? Curry? Ich glaube, ich bin vom Zug gefallen. Geh ne. Wo denn? Ich will dich da nicht untersuchen. Was denn? Warte, warte, warte. Wollte ich da hinten aus dem Linkshop ziehen. Also Curry eigentlich. Also als Traitor auf der Map ist, glaube ich, sehr schwer. Tobi, bist du jetzt Traitor? Ja, der ist es. Der ist es. Ich hab's gesehen. Tobi, du bist es! Ah, ich sprich vom Zug, komm. Tschau. Ey, meine. Blablablablablablablabla. Nein! Ja, siehste? Sag ich doch Curry. Ich sag's dir doch Curry. Nochmal Curry, bist du zugefallen? Eben hat er mich noch ausgedacht. Guck, da unten hängt da irgendwo. Da hängt seine Waffe noch. Siehst du das da unten? Oh, warte, warte. Das ist nicht so gut eigentlich. Äh. Hallo? Was willst du? Ich mach gar nichts. Ich hab ein Ticket. Ich kann bezahlen. Curry, ey. Weißt du, eben lacht er mich noch aus. Äh, du steckst in der Tür, Junge. Ja, ich bin fett. Man belegt da mal oder verzogen, aber ich sag's nicht. Wo ist die Pan, ist die schon wieder im Führerhaus vor, ne? Äh, bestimmt. Pan bist du Traitor? Pan? Hä, ist die auch vom Zug gefallen, Alter? Tobi? Ne, die spielt nur. Okay, Pan? Ich hab's ja lachen hören gerade. Pan. Pan, bist du vom Zug gefallen? Ich meine in der Kindheit irgendwann mal. Ja, aber ich glaub Pan ist auch vom Zug gefallen. Äh, ich glaub die ist auch. Aber dann bist du ja Traitor toben. Ne. Hä, wie ne? Ja, du bist es. Ach so, ja, na gut, dann weiß ich ja Bescheid. Dann muss ich mich leider selber töten. Tu das mal, tu das mal. Tobi? Ja. Du bist Traitor, ne? Nein. Vielleicht redet die Pan ja auch extra nicht, um Verwirrung zu stiften. Ja, ne, darauf fall ich nicht ran. Weißt du doch gar nicht. Klar, Digga, kann doch sein. Tobi? Ja? Wo bist du denn? Warum redest du so erotisch? Das findest du erotisch? So rauchige Stimmen? Ja, das hört sich an wie so eine Grande Dame. Jean-Claude Grande Dame. Das bin ich. Ach so. Ah, wo bist du? Hä? Ich bin einmal durch den ganzen Zug gelaufen. Ich hab dich nicht gesehen. Wo bist du denn? Albewee! Funk. Habe so Dinge geschehen? I'm down. Aber wo? Oh je. Ja? Ich bin am Bordbistro. Ich bin am Bordbistro. Was denn? Nichts. Es ist einfach... Es ist einfach nur schöne Dinger geschehen hier. Ach so, seht ihr wieder an den Props? Was ist denn hier los? Das ist einfach so doof. Oh. 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 Tobi, wir haben hier auch Spaß ohne Traitor. Ja? Schön, freut mich. Ich find's auch voll scheiße Traitor zu sein. Ja, das ist doof. Vor allem diese Map, ne? Ne, auch so. Das ist immer voll böse. Da muss man immer böse Sachen tun und so. Ich find vor allem hat's auch ein bisschen Verantwortung. Man muss ja auch irgendwie Gutes spielen. Alle Leute gucken auf einen und so. Wobei ist ja ganz... Ich find ich hab's ja ganz gut gemacht. Ich hab die Leute einfach in den Tod getrieben. Ja, aber wie? Mit deinem Antlitz. Die sind beide in den Tod gesprungen. Ach so. Warum auch immer. Ach, Erich, wo bist du denn? Ja, wo bist du? Träg dich doch mal. Ja, hä? Ich bin doch hier. Ist das nicht ein bisschen lang? War ich auf deinem Channel? Nee. Aber auf deinem muss ganz schön nöde sein. Weil du machst ja nix. Du bist Trader, du musst ein bisschen in der Nation treten. 300.000 Leute und es passiert einfach nichts auf deinem Channel. Das ist ein bisschen einfach für die Leute, oder? Ja, ja. Weil du einfach miserabel bist als Traitor. Ist ja jetzt auch ein bisschen unfair, oder? Ja, ist schon unfair. Das tut mir leid. Ich bin schon lieber nicht dafür. Aber Tobi, was ist los? Wo, wo... Nein! Nein! Bitte nicht! Nein! 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 Also auf meinem Channel haben wir Spaß gerade, Tobi. Und auf deinem? Ich find dich ja nicht. Ach so. Nein! Ohhhh! Ah, schade. Scheiße! Tobi hat's Radar gekauft, hundertprozentig. Tobi hat's Radar, ne? Nee, äh, Quatsch. Ja, haha. Ne, wer benutzt das Radar nicht? Immer die Babygun. Immer die Babygun. Immer die Babygun. Tobi, immer die Babygun. In den Todsatz könnt ihr halt voll die geilen Kamerafahrten hier machen. So von außen und dann einfach nur nach links und nach rechts drücken. Boah, das war so lustig, grad mit den, mit den, mit den Fässern und den Kisten, die alle in den Tod springen. Ja, alle so Selbstmordfässer einfach. Nein! Nein! Ich hatte's einem fast einfach nicht da reingekriegt. Boah, Curly, das war so lustig. Aber Pan, Pan, bist du auch vom Zug gefallen? Ja. Oh, gut. Ich geh nie wieder auf den Leiter drauf. Achso, ich dachte, du warst, ich dachte, das wär dein Skill gewesen, Tobi. Ich war ganz vorne. Ja klar, ich war gar nicht. Vom Zug gefallen. Du hast mich ja nicht ausreden lassen. Achso. Wenn ihr nach vorne auf die Lok geht, ne? Ist unten. Wirklich ganz, ganz vorne unten an der Lok sind, äh, Waffen und so. Aber geht da nicht runter, denn ihr kommt schwer wieder hoch. Okay. Da war ein bisschen Schitte. Okay. Ich geh hier, ich geh hier nur noch Leiter nach dem Treppen hoch. Ich weiß nicht, ich trau hier gar nichts einfach. Überall fliegt man hier runter. Wer ist eigentlich Traitor? Pan. Ich nicht. Oh nein. Wer hat ihn geschossen? Pan. Tobi. Curry. Ernsthaft. Okay, kann sich der Traitor bitte melden, dass ich wenigstens weiß, wer da ist? Hab deine Nummer nicht. Ah, na Tobi, schon wieder. Ernsthaft. Was ist denn los mit dem, du kranker Bastard? Ey, was ist denn los mit dem? Ich hab halt den Finger immer ziemlich leicht am Abzug, Mann. Das ist halt... Achso. Ja, okay. Das ist halt so... Ich möcht schon sagen, das ist so ein Perk von mir. Okay, ja. Ich verstehe. Aber es ist halt bitter. Für die Leute. Wo bist du denn? Hä? Wo bist du? Ich bin in the Train und laufe durch the Gangs und finde dich nicht. Durch the Gangs läufst du? Bist du oben oder unten? Äh, oben. Okay. Also in den Wohnabteilen quasi? Genau. Okay. Wartest du da auf mich? Ja, wenn du willst, kann ich gerne warten. Dann können wir zusammen hier durch den Train laufen vielleicht. Einfach mal Traitor und Innocent zusammen so rumlaufen. Ja, das fände ich eh mal ganz schön. Das muss nicht immer so gegeneinander sein. Als ob. Als ob. Du erschiehst mich sofort, wenn du mich siehst. Ich weiß nicht. Hä? Quatsch. Hui. Okay, ich mach Holster. Du auch, ja? Nee, trau mich nicht. Alles klar. Jetzt bin ich einmal komplett oben lang gelaufen. Bist du hier nirgendwo gewesen? Du verarschst mich. Hä? Ich war grad oben. Du verarschst mich. Du spielst mit meinen Gefühlen. Nein, überhaupt nicht. Ich schwöre. Du kannst bei mir aufm Channel gucken. Ich war oben. Doch. Doch. Nee. Was? Was? Die waren auch mal oben. Die haben auch gegenseitig ihre Videos immer angeklickt. Ja klar. Los, schnell. Sekunde. Ich musste mich grad kratzen. Ich hatte grad die Hand nicht auf dem Mausknopf. Was? Konnte ich also nicht schnell genug killen. Hast mich gesehen oder was? Na klar. Okay. Aber meinste, ich muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Okay. Hä? Was? Wieso Curry? Curry hat mir grade geschrieben. Ich schwöre. Aber ich weiß nicht warum er mir das geschrieben hat. Dir den Heiligen Bund der Ehe. Und einmal treu zu bleiben oder irgendwas. Ach so. Okay. Curry. Was ist denn da los? Ah da Tobi. Was denn? Ist doch auch mit dem Curry zu schreiben. Wo bist du denn? Ich bin doch da. Ich war die ganze Zeit da. Aber wo? Ich war die ganze Zeit da. Aber wo? Wo bist du denn? Bist du vorne oder hinten im Zimmer? Wenn ich das wüsste. Ehrlich gesagt. Ich bin in irgendeinem Waggon. Ah hier ist ne Bar. La 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 la. Curry was los? Langweilen sich die Toten? Ja. Okay. Ich bin ja tot. Stimmt. Entschuldigung. Sorry Tobi. Ich hab manchmal Kontakt zu den Toten. Ja? Ja ja. La 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 la. Aber die labern nur scheiße. Na mal Tobi. Also ich weiß nicht was du von mir willst. Aber ich find dich nicht. Ja ich find dich auch nicht. Und die such dich. Ich find's auch langsam nicht mehr lustig. Du verarschst dich. Du spielst. Ich sag du spielst. Ich verarsch dich überhaupt nicht. Du spielst mit meinen Gefühlen. Das ist Wahnsinn Tobi. Ja. Du mochst mich Gronkh. Wat? Was? Das kann doch nicht wahr sein. Ja ist echt so ne? Ich hör dich doch. Äh. Hä ich hör doch deine Schritte hier überall. Hm? Wer hat grad gelacht? Die Pan. Bestimmt. Vielleicht ist die Pan auch wieder vom Zug gefallen. Ich hab die Pan nämlich nicht getötet. Achso. Pan. Bist du Traitor? A la Tobi. Das ist echt die langweiligste Runde ever. Scheiße. Wie kann ich denn so schlecht zielen? Wie kann ich so schlecht zielen? Ich hatte alle super Voraussetzungen. Das darf doch nicht wahr sein. Tobi. Curry. Ach der Curry lebt auch noch? Nee. Der Curry lebt wieder. Wie lebt wieder? Wir wollten ein kleines Verwirrspiel machen, aber die Scheibe hat er dich nicht gefunden. Ein kleines was Spiel machen? Ich hab den Curry vorhin wiederbelebt, nachdem ich gekillt hab. Was? Wir wollten dich, ich wollte dich ein bisschen verarschen, so weißt du, so hey. Aber er hat dich glaube ich nicht gefunden. Und er hat gesagt, er sollte Curry nicht töten oder was? Nein. Was? Spiel dir für ein krankes Spiel, ihr Bastarde. Fühl dich verwirrt, Schätze. Das stimmt nicht, der lügt. Na, soll ich ihm deine Luftflecken zeigen? Ja, bitte zeig mal. Warte. Wenn er mich bis dahin nicht gekillt hat, zeig ich sie dir. Dann zeig ich dir auch, wo Pan liegt. Achso, ich bin da tot, ich darf eigentlich nicht reden. Aber eigentlich ist die Runde ja vorbei, aber... Ach, was du, was? Hm? Ja, du hast die, ach, okay. Hä? Was ist denn jetzt los? Ne, ich bin tot. Okay. Curry! Hey, was, aber was hat das denn für Sinn mit dem wiederbelebten? Ich meinte, Curry hätte dich doch sofort töten können. Ich wollte, ich wollte... Ich hab' gescheiße. Hier, guck, da ist das Blut von Curry. Ich hab' den Curry wiederbelebten. Ich hab' geschrieben. Ich hab' geschrieben, Tobi belebt mich wieder. Ich helfe dir. Ich schwöre. Deswegen, ich schwöre, oder was? Boah, du, du dreckiger! Ah ja, Curry. Ich hab' erst überlegt, ich hab' einfach mal ne Chance gesehen, so, weißt du? Ich hab' erst überlegt, ob ich den Tobi einfach erschießen soll. Curry ist echt. Also Curry, du bist das letzte Kameradenschwang. Das letzte. Das allerletzte. Für sein eigenes Leben, seine allerbesten Freunde auf der ganzen Welt. Ich meine, du hast da sonst keine. Das Ding ist, ich hätt' dich nicht abgeschossen. For my life in the future tonight. Ich wollte ja Doppelagent sein, weißt du? Ich wollte dann im letzten Moment, wollte ich dich umbringen und dann wollte ich Tobi auf einen Headshot geben. Ich bin in der Zeit. Kleiner, kleiner, dreckiger ist das. Das wär' so geil gewesen. Na Tobi, hätt' mich nie wieder be... Hätt' mich nie wieder... Hätt' mich nie wieder... Wieder belegt. Was? Das hast du jetzt daraus gemacht, Pan, das war ich nicht. Waaas? Das war ich nicht. Uah, boah, 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 boah. Das lass' ich mir jetzt auch nicht hier eingestehen. Erik? So, einer von euch ist ein Tracker und ich bin das nicht. Tobi. Wie soll das? Wie kam die denn da alle? Tobi. Tobi. Wie kam die denn da alle? Ich hab'n grad noch gesehen. Curry, Curry warte, stopp, geh doch nicht. Warum ist hier die Luca auf, Pan? Weil ich das gemacht hab', aber geh' mal bitte nicht. Komm' mal her. Ne, 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 ne. Mann, Curry. Wenn ich Tobi sehe, dann muss es... Also Pan war mit mir hier alleine, wenn Tobi irgendwo liegt. Ja, dann? Dann muss es ja Erik sein, dann. Dann muss es Erik sein, ich hab Tobi zuletzt gesehen, das stimmt. Wollte ich aber schon mal sagen. Ja, aber Pan kann's nicht gewesen sein, weil ich war ja bei Pan und Tobi war hier nicht. Und ich bin innocent. Okay. Ach so. Hä? Was, 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 was? War das Tobi gerade? Hä, war das gerade Tobi? Tobi, Tobi, du bist tot? Verarscht der uns? Tobi, bist du das hier? Kannst du mal hüpfen? Tobi? Ich glaube, es ist nicht Tobi. Was ist denn hier los? Was ist denn hier für ne kranke Scheiße am Runnen? Am Happening? Ja. Curry? Ja. Okay. Ich weiß, dass du hier drin bist, Erik. Dann komm ich wieder raus. Hahahaha. Hahahaha. Hatt ich denn jetzt schon wieder? Hier ist der Traitor-Raum. Ich kipp den Tipp, drück bloß nicht den roten Knopf. Hier ist der Traitor-Raum. Ist das ne Bombe oder was? Das weiß ich nicht, kannst ja selbst rausfinden. Ach so. Das ist ja gut. Ist das dein Ernst, Pan? Warum müssen sich alle hier immer aus dem Zug raussperren, Alter? Alter, ich hab grad Fett... Wie kann das sein? Hä? Ich hab Fett auf dich gezielt? Das darf doch nicht wahr sein. Alter ist so beschissen einfach. Ey Pan, was geht? Hm. Hä? Toll. Ich hab dich nicht mal gesehen gerade. Ach so ne Ficke hier. Wie geht der denn... Wie schaffst du's denn oben auf den Zug zu kommen? Die Leitern sind nach außen. Wie macht der das? Ja, ja. Ich mach's halt so, als würde das die ganze Zeit machen, weißt du? Ja, ich mach's ja auch die ganze Zeit. Da gibt's eine Leiter, da kommt man super auf den Zug. Ja, aber wo? Hinten? Oder was? Hä, es gibt doch auch Treppen im Zug. Ja, aber doch nicht hoch aufs Dach. Aber nicht aufs Dach. Aber nicht aufs Dach. Ach so. Oh, da war ich noch nie. Scheiße ey. Wart mal. Auf dem Zug kommst du, da ist eine Leiter mitten zwischen den Waggons irgendwo, ne? Ja, aber da kack ich immer ab. Ich bin auch vorhin auch runtergefallen. Da musst du mit Crowdjump über die Reling springen und sofort wieder springen. Dann kommst du auf die Leiter. Wart für'n Pro ey, wart für'n Pro. Er haut den Source-Pro wie raus, weißt du? Ja, aber dafür als Traitor bin ich übelst am Sacken, weil ich einfach, ja. Ich dachte, ich komm da irgendwo Schönes hin und dann bin ich plötzlich in so'n Traitor-Raum auf dieser Bier-Teller. Aber hättest du nicht wieder zurückgehen können einfach? Nee, der Teleporter geht nur one way. Äh. Oh, hätt ich vielleicht nicht sagen sollen, falls jemand, äh. Doch, das wusste ich ja. Also ich wusste es nicht, aber ich wusste, dass da, äh. Okay. Och ne, Erik ist es. Ich bin's. Ich bin's. Echt? 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 Ja, da muss man sich ja jetzt... Wer hat's doch Wunden? Ja. Pfahl kommt aus der Schweiz. Echt? Weht du uns wohl an den Bären aufbinden? Nee, ich glaub der Erik ist es wirklich. Ich glaub der Erik hat grad den Curry getötet. Und ich wag Curry. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Uhhh. Hab ich die noch noch Wisch fahren? Hä? Bitte? Mann ey, warum komm ich immer mit dem Traitor in einen Raum? Dann will ja nicht immer der Punkt sein in einem Hotelzimmerraum da, weißt du? Uhhh. Uhhh. Mann ey. Ich will wieder ein guter Traitor sein. Aber hier ist die Map gemacht. Ja, die Map ist schon. Ja, also ganz ehrlich. Ist doch scheißegal, dann macht doch trotzdem Spaß. Nee. Ich würde als Traitor einfach die Türen aufmachen. Ich würde als Traitor einfach die Türen aufmachen und dann dauerhaft einfach instant ein Baby durch die Gänge fahren. Boah. Boah, ja. So ein Baby, das ist ein Volk. Ey, ey, ey. Kannst du doch sonst auch mal ganz... Ey, ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. Ey, geil, danke. Ihr könnt euch wieder berühren. Oh, geil, danke. Nein. Ihr könnt euch wieder ber- Ey. Kannst du? Und du? Uhhh. 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 Hallo, hallo, hallo. Hallo. Tobi. Mach mal die Tür auf hier. Bitte nicht erschießen. Ey, mach doch mal die Tür auf. Ich bin der Innocent X-Innocenter. Ich dachte, da geht's doch draußen. Wie lange mein Klo ist. Alter, wie nice. Lass es Tobi, lass es Tobi. Ey, was war da? Ich bin... Ah, ich bin heute schlecht. Hast du grad auf mich geschossen, Tobi? Nein, ich wollte wieder so Täuschung machen und so, weißt? Tobi, hast... Ne, warte mal. Du hast grad auf mich geschossen. Ja, Curry, mal versuch dir dein Ding draus zu machen, weil du Traitor bist. Ne, ich weiß es nicht. Aber ich sag ja nur. Nein, ich hab einfach nur so aus Spaß... Da... Tobi, jetzt hör auf damit. Hör auf damit. Hör auf damit. Pan? Ja, ja, ja. Okay, ich warte. Weißt du, wie der Curry echt immer versucht... Unten im Waggon. Hör auf. Hör auf. Unten im Waggon, hier ist Pan. Unten hier, da. Guck, ich bin auch Pan drauf. Nein! Warte, ich helfe euch. Hilfe! Hey, Tobi. Hey, warte. Hey, hey, hey. Hey, der Tobi hat eine Granate da. Nein! Was? Was war das denn? Äh, was sollte das? Tobi, wieso? Ich hab gar nichts gemacht. Hey, was ist hier los? Hast du das gesehen? Wie so ein Hund? Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Okay. Okay. Ich bin weg. Der Müll, der war schon so zu hoch, dass ich jagen kann. Okay. Ey, wie soll der Erik sich denn gekillt haben, wenn wir drei zusammen sind, Leute? Ne, ich dachte vielleicht, dass er vom Zug gefallen ist oder so. Weil er so fast gesagt hat. Ah, dann... Ja, weil ich auch mal von seiner Granate erfasst wurde. Ach so, auch? Ja. Okay, dann war... Dann... Da ist Erik die ganze Zeit bei uns hier irgendwo gewesen. Hä? Wo ist du denn dann? Hör auf damit, lass die Scheiße. Der ist wieder auf dem Dach, der Erik bestimmt. Ja, klar. Wie kommt denn da aus aufs Dach, Curry? Mann, lass mich durch. Mach mal mit dem Crouch-Jump. Lass mich jetzt nicht durch. Lass Crouch-Jump. Lass Crouch-Jump. Das weißt du doch, Itzala. Bitte erschieß mich nicht. Boah, hier... Ach, hier mein Selbststimmen. Sag bitte. Ich versuch mein Glück. Oh nein, Tobi, tu's nicht. Ja, auf, bitte. Ich bin da oben. Hey, Tobi. Hey, Tobi. Hey, here we go. Aua, aua, aua. Ach, ach. Lass uns das mal zum. Na, was? Nein, ich will das nicht. Wenn man hockt, gibt's keinen Zug im Zug. Ich trau mich nicht. Paar! Ja, weißt du nicht. Wir stehen doch nicht mal her. Wir können nicht gleichzeitig durch die Tür gehen. Oh, oh, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Solltest du behalten den Chat? Oh, 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 oh. Voll hässlich, ne? Viel Spaß. Dann versuch's mal. Diese komischen Pappräume hier. Ja. Ich trau mich nicht. Ja, dann lass mich nach. Paar, du kriegst Lakritz, wenn du es vorher machst. Oh, ich hab voll das auf Lakritz gekriegt. Ja. Bist du Traitor? Nein. Okay, das ist gut. Deswegen bin ich ganz froh, dass sie da... Wir fahren jetzt, dass sie gegenspringen und nochmal springen. Oh Gott. Ja, hast du's gemacht? Ich weiß es nicht. Oh Gott, hallo. Oh, Dachparty. Oh Gott, das will ich. Ich will's auch schaffen. Curry, du schaffst das. Curry! Ich kack die Wand an, ohne Scheiß, ey. Ich kack diese Scheißkarte. Dreckskarte. Ich will nicht mehr spielen. Wer ist ein Traitor? Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh. Warte, nehmen wir vor dem Mamm. Schnell beeilen. Ich weiß nicht. Du kannst einfach so random entscheiden. Ich hab keine Ahnung. Was ist denn das jetzt? Jetzt hab ich Fullscreen weg. Scheiße. Tyru. 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 Alter, Curry. Du bist ein mieserer Traitor als ich. Das beruhigt mich. Weil ich jetzt einmal runtergefallen bin. Aber so gut. Ach, Gott ey. Ach so, ja, vielen Dank für's Zuschauen. Ach so, ja, vielen Dank für's Zuschauen. Boah, die Zugmap ist aber echt... Die ist echt fies. Also als Traitor ist die echt schwer. Voll die Dreckskarte. War ja leider nicht so gut. Aber voll lustig. Okay, dann vielen Dank für's Zuschauen. Und in der nächsten Folge Teen Room. Da freu ich mich drauf. Ich auch. Teen Room. Tschö. Dankeschön. Und ciao. ARD Text im Auftrag von Funk